Hallo! Einen wunderschönen guten Hallo zusammen! Mal wieder! Hier am Opfer Altar. Guckst du da? Da ist Altar. Altar! Altar! Erstmal nach Hause. Richtig, weil wir müssen Dingens holen und Bummens machen. Dingens holen und Bummens machen? Da fällt mir aber gerade noch mal ein, was ich hier machen sollte, sonst verliere ich vollständig den Überblick. Da habe ich gerade mal so gar keinen Bock drauf. Gebe mir eine Sekunde, das habe ich nämlich gerade vergessen. Dass da Ihr Kollege kommt. Da? Lalalalalala. Da habe ich nämlich auch einen Überblick. Wo ist meine Maus? Hier liegt ein Stachel. Ja, das ist schön. Ja. Nimm ihn dir mit, kannst du vielleicht gebrauchen, hast du wenigstens mal einen. Ich heiße ja nicht Sven, ne? Ja, das ist auch gut so. Wo mich auch den ganzen Tag ohne PZ und mit einer Lupe rumlaufen. Genau, um einen kleinen Zauber zu finden. Oh, haben wir uns wieder lieb heute, ne? Da kann ich mir eigentlich was auch machen. Oh, guck mal, hinter mir liegt. Da steht ja noch ein Berserker. Wo steht ein Berserker? Wo steht ein Berserker? Den will ich sehen. Oh, da vorne links sind auch mal welche. Und da ist noch ein... Ja. Du alter, was ist denn hier noch los? Es ist dunkel, ne? Ja. Still schweigend dran vorbeigehen und nichts sagen. Ist halt... Ja. Wir werden damit umgehen können. Was haben wir denn jetzt noch vor? Ähm... Sag mal. Das geht doch. Du bist ja ganz doof, oder? Das geht doch. Ich wollte nur das Schwarzmetalli rauswerfen. Ich wollte nur das Schwarzmetalli rauswerfen. Ich hab Schwarzmetalli rausfallen gelassen. Hamti! Au, au. Au, au, au. Respekt. Du kannst was. Ich hab ne Möwe getroffen aus drei Meter Entfernung. Sehr schön. Du mit deiner Möwe macht, weiß ich, will ich gar nicht wissen. Lege ich dich hin. Och, ne, ach, ne, ach, ne. Er müsste das ja jetzt... Folge 447 sein, ne? Ja, korrekt. Wollt ihr die 450 noch knacken? Äh, ehrlich gesagt, ne? Mit der 450, das Ganze dann... Jo. Ja, also, wir haben ja jetzt noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen ja noch hier die... die Eumels darüber bringen. Oh, wir hätten sogar genug für zwei Stück. Ja, können wir ja auch machen. Ja, nicht auf einmal, aber zwei hintereinander könnte man machen. Wir sind nicht auf einmal. Wäre doch lustig so. Ja, kommen wir. Wir sind so schlecht genug, ähm, das ist, glaub ich, unnötig. Meinst du? Ja. Ja, damit haben wir... Wir können ja auch nochmal die Drachenmut, die... Hattest du neue Gerste angepflanzt? Ich hab 26 in der Tasche jetzt hier. Die hab ich von drüben mitgenommen. Wenn du die haben willst... Guck mal, ja. Hier, nimm sie. Geh dir mal den Arsch herputzen. Haben wir noch Moltebeeren? Ja, linke Kiste in der Mitte. Weil, dann mach ich jetzt mal den Gersten rein. Den Gersten rein. Was ist das denn? Fuling... Fuling Schamanentrophäe? Ja. Wie sieht der denn aus? Schamane? Hm. Nein. Du kannst dich nicht... Alter... Wow. Das sieht aus wie so ne behaarte Eichel. Oh, da ist ne Karotte fett. So. Ja, sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann hat das da hin. Ähm, ähm... Ach schön. Sven ist wieder hier. Sven wirft wieder alles in die Kiste rein. Gut. Als ob das jetzt noch irgendwie irgendwie... Hamty, was machst du da? Hamty? 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 Wo? Hamty? Hamty? Was ist denn bei dir verkehrt? Hamty? Der schwimmt da. Hast du, Typ, wieder hinten das Tor aufgelassen? Nein, hab ich nicht. Was ist doch hier wieder das Tor aufgelassen? Hamty? 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 Nee, nicht wegschwimmen! Holg mir! Komm her. Einmal hier. Heine Hand. Komm. Hier. Genau. Ich hab kein Obstieg hier. Über Wasser halten ist gesünder. So, jetzt geh mal immer hier rüber. Einmal nach hier drüben. Hamty. 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 Jetzt... Der sinkt wieder. Das ignorieren wir aber. Und... Nein, ist nicht hier nebenan. Komm mit, Hamty. Hamty! 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 Würdest du bitte... Komm her! Komm! Kommst du hier! Hamty! Ich sag dir, Alter! Hamty! Rein hier! Der hört auch nicht auf jeden. Oh! Rappelt! Ich sollte nicht das Schwert rausnehmen. Hamty bleibt. So. Jetzt muss ich den Kollegen nehmen. Ich muss hier bauen. Kollegen. Und... Hört auch nicht auf jeden. Fehlende Voraussetzung. Werkbanknann? Willst du mich verarschen? Ich konnte es gerade abreißen. Natürlich ist da nicht. Werkbanknann? Ich stand nur auf der falschen Seite von dem Strich. Ach, das mal wieder. Hamty! Das machst du nicht nochmal. Haben wir uns verstanden? Wie ist ein braves Wauzi? Aber... Das machen wir nicht nochmal. So. Was stimmt mit dir hier unten nicht? So. Dahinten rennt ein Skelett rum. Warum auch? Oh, die ganze Zeit schon. Haben wir gleich warte. Da war mein Skelett. mit. Ähm. Ja. Wo machen wir jetzt? Ich bin gesternweinig gemacht. Einfach damit man so gemacht hat. Aber der dauert natürlich jetzt ein bisschen. Keine Ahnung wie lange. Ahaha. Fögen 23 sehr schön. Das ist noch eine Möwe. musst du jetzt wegfliegen kackvogel ich gebe es auf ich gebe darauf hier ist die erste fertig 50 stück ein paar fischhappen machen jetzt wo wollen wir in der 49 dann darüber und machen und dann eine noch hallo oder könnte eigentlich auch mit den nach der 50 machen weil ich glaube wir werden nicht lange brauchen man kann ja noch mal drüber reden danach hattest du ja selbst vorgeschlagen wird man sich dann noch mal unterhält können wir machen in erinnerungen stellen können wir machen also das wäre so eine idee haben garantiert nicht alles von dem spiel gesehen doch ich denke schon und wenn dann sind es tote biome die sowieso leer sind ja okay die haben wir definitiv also was wir noch nicht gesehen haben ist der süd das war ich glaube der wird genauso aussehen wie ein nord der der süden ist ja mehr so lava ach so aber im großen und ganzen ist das halt trotzdem totes biome unsere unsere burg ambitioniertes projekt da kann man irgendwann mal so fertig machen eventuell richtig safe game unterladen dann selber basteln warum liegt hier ein fisch warum liegt hier oben auf der mauer ein fisch so schön ja haben wir eigentlich nur die eine andere oder eine zweite wir haben wir haben wir haben nur eine wir haben nur die eine ich könnte mir jetzt natürlich mit gelten zweiter hier könntest du machen spiel kennt spiel kennt wie geht es hier der spiel kennt ja auch wie wie geht es dir scheiße nicht ja herr spiel kennt wie geht es dem der sitzt da jetzt wieder bestimmt jetzt mit denen nicht ja muss ne so muss ne es gibt dinge was wollt ihr ihn wieder rum wir heute hier gefangen heck nicht recht ich habe ein heck gefangen du hast ein heck gefangen ja du hast ein hecht in der pfanne habe ich unterm schreibt im moment zeit nicht nackig also seid ihr nicht wieder blöd gestorben nein sie wird das war tatsächlich gar nicht so sind wir auch gestern gestorben oft mal gestorben ich auch nicht oder ich konnte mich gerade eben retten ich bin gestern einmal auf diesem berg von dem fucking wolf umgehauen worden ja das war es ja auch selber schuld selbst in der fröhle sind wir nicht gestorben stimmt und dabei haben wir ordentlich gebrannt ja also und zwar warm also ja also das sind wir tatsächlich aber trotzdem traurige nach ich ja weil heim bietet momentan halt nicht so viel neues wir eiern jetzt viel rum haben leute vor das ganze zu beenden mit dem guten wie heißt er hier aktiven genau das war jetzt erst mal vorerst der letzte wahl heim stream wir werden auch das letzte play mit der 450 folge beenden weil wir können nichts machen richtig wir wissen gerade nicht was wir tun sollen also oder ist halt willkommen wieder zu dem thema mit dem lachenden und weinenden augen genau wird halt jetzt erst mal so weit auf eis gelegt bis das update vielleicht draußen ist die anderen fünf millionen offen sind wobei ich dann werden alle nach und nach erst kommen ja aber gut wir können ja immer mal wieder zwischendurch reinschauen das ist möglich ja man kann das ja so ein bisschen wie so an aufbeziehung halten oder einfach mal irgendwann einfach eine zweite staffel raushauen richtig und dann von vorne anfangen und dann wir können uns jeden mittwoch treffen uns uns gegen die eier schaukeln aber viel mehr können wir auch nicht machen moment das war eine option warum sagt mir das keiner man ist ja das spielkirche sei mal ehrlich würdest du dir ein let's play angucken wo zwei spasten im endeffekt 200 folgen in der burg bauen dafür aber 400 folgen erst mal stein fahren müssen ja und holz und dröfen 90 mal unnötig sterben das problem ist daran ist du hast keinen content da drin und das ist das schlimme ist es passiert nichts es passiert einfach nichts mods wäre noch eine möglichkeit ja ja da könnte man vielleicht wirklich alle mods reinhauen und dann komplett von vorne nochmal anfangen hier weiß so zehn sterne troll oder so ich weiß nicht was im moment hier mit der leitung los ist ich weiß nicht ob du es bist oder ich muss deine leitung sein also bei mir ist alles im grünen bereich ich habe ich keine probleme ich sehe ich bin mit acht mbit immer neun das sollte reichen für deine sprache für meine sprache ja manchmal bist du so ein bisschen den linken den linken den linken den linken den linken den linken so sagen lassen dieser den klang den linken den linken nicht gut sein ich habe keine ahnung wir haben uns noch niemals das horn der feierlichkeit von der feierlichkeit von der feierlichkeit ach so ja aber das hat das spiel bietet im moment keinen content dass du das durch weg streamen könntest und ich merke es ja bei mir auf dem youtube let's play zumindest generell bei dem let's play ist im endeffekt sind die zahlen im keller ja nicht dass die vorher auch schon im keller waren aber dann ist halt bringt nichts leider gottes ist das so und da müssen wir ist ja nicht schlimm wir haben wir noch andere projekte die starten an übernächste woche nach meinem urlaub die sind genauso bescheuert und ich denke es werden auch die ein oder anderen projekte noch kommen wo wir beide wieder zusammen streamen werden ich befürchte es leider auch von daher und außerdem weiß das spielkind wo mein stream ist du bist ein immer gern gesehen an gast ich hab dich seit dem ganzen zeit irgendwie schätzen und lieben gelernt auch mit deinen sarkastischen sprüchen soll ich euch beide alleine lassen nein er hat für mich extra neuen account erstellt nur damit er mich treuen kann und dabei bist du der tollkönig ja nein das war die falsche taste idiot ja guck mal da steht ein fisch im wasser ja aber warum da vielleicht ist er am ableichen welche taste muss ich denn drücken zum reinholen die rechte maustaste gedrückt halten muss aber genug ausdauer haben ansonsten ist er fische mich weg also gucke ich immer dass der fisch so unter zehn meter an der schnur dann kommt weil die ausdauer schnell unten weiter willst du mich verarschen nein will ich nicht nicht du aber du hast eine lange route sieht echt nice aus soll ich mich mal davor setzen stehst du drauf nein jetzt müssen wir so ein bisschen zu essen zusammen kratzen und dann sind keine fische und ihr habt jetzt wo ihr ganze beendet endlich es kapiert wie die angel funktioniert nein habe ich noch nicht zwischendurch gehe ich öfters hier angeln ich habe mich genug ausdeutschen wieso ist er womit angest du denn mit würmern ja hast du auch noch gekauft ja da habe ich das nicht bei mir kommt kein fleisch geholt weil ich mir gedacht habe ich noch fast mal aber bei mir kommt kein fisch es stinkt zu sehr in deiner nähe da drüben ist wir so eine gewerkschaftsgruppe wo 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 lasst sie mal suchen die gewerkschaftsgruppe lasse ich suchen irgendwie ist hat hier ne hier ist ein bisschen langweilig hier das ist ja du macht ja unser mädchen kann da eigentlich dran stehen wie lange es wird doch alle mal gern haben hier erst eigentlich aus dem fenster jetzt wollte ich gerade auch machen hallo möge das funktioniert schon mal nicht immer hier fischen warum knatterst du immer so weiß ich nicht spielkind knatter ich in der aufnahme oder im stream ja ich habe ich komme er kommt nur fünf meter wo würde enge kiste wurden die ganz enge drei ich habe ein heck gefangen aber ihr habt recht habe mich gerade bei euren folgen die letzten part die letzte tage bei youtube aus kraus kam von welcher idiot außer mir sich das anguckt ja da ist halt so ne ja mal gucken ich habe heute noch eine neue dings rausgeschickt let's play anfrage das wird sie jetzt gerne wissen ich habe ein barsch am arsch fünf fisch habe ich jetzt sehr schön ja du hast hin und wieder so komische aussetzer echt mikro gehst du kaputt dann beenden wir mal diese folge ne sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss